Ja, wenn du dir noch mal ein paar mal was reinhörst, wirst du bald zu einem Addict, gell? Ja, das ist der Notfallplan. Ja, also Addict zu werden ist tatsächlich nicht so das allerbeste in dem Spiel. AAAAAAAH! Nee. Heilige Julia, hab ich's geschafft? Wer ist die Julia? Weiß nicht, also der Kerl ist zu dem ich geh, ist auf jeden Fall nicht. Der, der ist die bärtige Julia vielleicht. Ah, die sind mir einfach gefolgt! Okay. Das wird mein Tod. Ja, offensichtlich gehört so deine Aufgabe dazu, dass du sie töten musst. Ja, ich glaube da drin werde ich keine Mini-New Glow, ohne mich selbst umzubringen. Ich hab' ich gerade fast so'n... Ja, jetzt ist es Scherpey. ...so'n Save-Point wie... ...in dem Weaver La Dirt League Video. Ich sterbe einfach jetzt, denn wenn ich spawne! Eachake So, so, hier soll ich nochmal... ...einen Share-Play starten? Ja, leicht würd'wahr ich nochmal! Ich würde dir gerne noch ein paar mal beim Scherz schauen In etwas sehr komisches Keine Nades, oh hör auf mich zu ploppen Keine Nades, oh hör auf mich zu ploppen Aber jetzt bringe ich ihn wenigstens dazu, mir zu helfen Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist Glaube ich auch nicht Hast doch überlebt Er wird sich auch freuen, dass du bei ihm im Haus einen Hut geschafft hast Echt so? Der Hund hat die auch einfach voll abgekriegt, gell? Hier leckerli! Ja gut, das war die eine Nuke, glaube ich, wert Hätte ich vielleicht nicht vorher alle meine Granaten werfen sollen, sondern danach Ich weiß nicht, ob das eine Mord ist oder nicht Aber ich glaube, du kannst dir Hund auf eine Schweißerbrille aufsetzen oder sowas, gell? Ist okay Der Hund ist übrigens eigentlich so ziemlich der beste Begleiter, ne? Weil der gilt halt nicht als Begleiter Du kannst dann irgendwie den Lone Survivor Park benutzen Und, äh, trotzdem halt ein, äh, Companion dabei haben Geht aber nur mit dem Hund Geht aber nur mit dem Hund Danke Gibt es jetzt viel in der V? Noch sieht es sehr gut aus Noch sieht es sehr gut aus Der ist auch schon richtig low, weil ich gerade mit ihm gefightet habe zusammen So ridiculous, ey Wie er dich auch mal angeguckt hat, hm?